Alien erscheint mit ersten digitalen Collectibles auf der Vivi-App. Fidgete-Collectibles von Stan Lee kommen auf die Vivi-App, sowie viele weitere Comic-Drops und Infos für dich. Jetzt alles in diesem Video. Kommen wir zu dem Part, den ich schon wirklich lange erwartet habe, und zwar nämlich dem nächsten deutschen Community-Treffen, der Vivi Deutschland Community. Und das Ganze wird hier wieder dieses Jahr in Naila stattfinden, zum September-Bier-Fest und das Ganze bei Metabrew. Die werden nämlich dieses Jahr auch wieder ein Fest veranstalten vom 4. bis 6.10. Und wir werden auf jeden Fall am 5.10. vor Ort sein, das heißt am Samstag. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn natürlich auch ihr als Community mit uns dort am Start seid. Es wird auf jeden Fall auch von meiner Seite an meine Community-Mitglieder auf jeden Fall ein paar kleine Präsente geben. Mal schauen, vielleicht Freibier, was auch immer. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei. Weitere Infos dazu werden wir auch noch mal posten. Und ansonsten meldet ihr euch gerne, wenn ihr weitere Details haben wollt, schon bei mir oder auch beim Frank oder beim Fadi. Und dann können wir euch da auf jeden Fall gerne auch mit auf die Liste setzen, denn es gibt für eine bestimmte Menge an Leuten, nämlich auch eventuell Freibier. Kommen wir nun aber zu dem Thema, was wahrscheinlich auch viele Leute von euch extrem, extrem cool finden, weil es einfach die Generation ist und zwar Alien. Alien wird jetzt hier auf die VW-App als Collectible kommen und das Ganze hier mit einem Charakter tatsächlich erst mal. Wir werden hier Xenomorph oder wie das auch immer heißt. Auf jeden Fall wird das Ganze hier eine Ultra sein. Wir werden hier eine animierte Version sehen. Der Listenpreis wird bei 50 Dollar liegen und die Editionzeit bei 1.979 Stück. Das Ganze natürlich die First Appearance und das Ganze wird hier am 21. Juli um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Ansonsten haben wir hier die First Public Mint, wird tatsächlich die Nummer 6 sein. Das ist tatsächlich mal was ganz Neues hier und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und drücke die Daumen für diejenigen, die hier dran teilnehmen, hier vielleicht wirklich eine möglichst low Mint-Service. Kommen wir zum Multiverse-Drop bzw. eigentlich zum Stanley-Figital-Drop der VW-App und es wird hier tatsächlich weitere Details geben. Wir haben es jetzt hier auch schon. Man kann hier unten sich übrigens sign-upen, um Early Access Job Nummer 1 hier auf jeden Fall benachrichtigt zu werden und wir haben hier insgesamt drei Limited Edition und die finde ich wirklich äußerst spannend. Wir haben hier einmal das von Bob Prior und wir bekommen hier im Prinzip oder man bekommt hier eine Jacke dazu plus ein Digital Collectible in der VW-App bzw. zwei Digital Collectibles, nämlich noch hier so ein Bild dann dazu. Das Ganze ist hier bei den drei Jacken unterschiedlich und genau, das Digital Collectible an sich, das wird gleich bleiben. Dennoch, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Move. Ich bin mal gespannt auf den Preis hier ehrlich gesagt und bin auch gespannt, wie viele Leute das im Endeffekt kaufen werden. Ich persönlich werde mich hier so ein bisschen mehr nach dem Preis richten, da man gegebenenfalls hier auch zum Beispiel mit diesem Bild und auch dem Digital Collectible auf jeden Fall coole Sachen machen kann oder gegebenenfalls sogar eine Sache mit Profit verkaufen kann und so im Prinzip die Jacke und das Bild vor früh bekommt. Kommen wir zum nächsten Comic-Drop bzw. zu dem Comic-Drop, der heute stattgefunden hat bzw. wenn das Video rauskommt, war es gestern. Und zwar hier das Comic von Prelude to Deadpool Corps, Hashtag 1. Das Ganze ist heute gedroppt bzw. am 16. Juli um 17. deutscher Zeit ist das gesamte hier gedroppt. Ich wollte es dennoch mal ganz kurz angeschaut haben mit euch. Wir haben insgesamt 5 Cover natürlich mit hinterlegt. Das Ganze ist kein wirklich besonderes Comic. Wir hatten insgesamt 5000 Editions, den letzten Preis von 7 Dollar. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch nochmal die Go-Collect-Daten an und die sehen tatsächlich auch schon sehr, sehr schlecht aus. Eine 9.8 gerade mal hier bei 40 Grades mit 60 Dollar. Also wir reden auf jeden Fall hier von keinem Grey-Comic. Kommen wir zum nächsten Ron English Collectible Job und das ist natürlich eine weitere Vivi Vibes Schallplatte, die wir jetzt hier sehen werden. The Secret History of Delusion Will und ja, das Ganze wird hier am 17. Juli, das heißt eventuell, wenn das Video jetzt heute rauskommt am 17., dann wird es heute um 17. deutscher Zeit droppen. Und zwar müsst ihr nämlich The Rabbids Jukebox hier einmal besitzen. Dann könnt ihr hier nämlich ein Collectible bzw. eine von diesen Schallplatten craften, aber nur eins pro Collectible. Das heißt, ihr müsstet dann im Prinzip danach switchen. Ansonsten haben wir hier noch The Rabbids Jukebox hier nochmal erklärt. Also so sieht das Gesamte aus, die müsst ihr besitzen und dann habt ihr die Möglichkeit hier diese Schallplatte zu craften. Gesamter Listenpreis wird nichts betragen. Editionzahl 4.444 Stück, eine Secret Rare und natürlich eine First Edition. Finde ich an sich ein cooles Gift an die Leute, die auf jeden Fall diese Jukebox sich gekauft haben. Und dementsprechend, ja, kann man tatsächlich sagen, kann man for free mitnehmen. Muss man natürlich nicht, aber ich meine, im Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Kommen wir zum nächsten Marvel Comic und zwar Wolverine Hashtag 88. Passend natürlich jetzt auch zum Wolverine FA Comic und das Ganze wird hier am Donnerstag um 17. deutscher Zeit droppen. Am 18. Juli mit dem ersten Battle von Wolverine und Deadpool. Das Ganze wird hier außerdem natürlich eine Limited Edition wieder sein mit fünf Covern wie immer. Das Ganze mit den Covern hier auf jeden Fall, ja, nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Bis auf die Secret Rare, die sieht ganz cool aus. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 10 Dollar und eine Editionzahl von 5000 Stück. Ja, ist für mich persönlich jetzt nicht so ein Job, den ich mitnehmen werde, auch wenn hier die Go-Collect-Zahlen nicht allzu schlecht aussehen. Man muss hier tatsächlich das in Relation setzen. Wir haben jetzt zwar hier nur eine 9.8 für 425 Dollar, dennoch haben wir hier auch in Relation dazu 627 Grades. Also auch relativ viele, weil es einfach doch ein relativ neues Comic ist und dementsprechend sich der Preis natürlich auch anpasst. Aber es ist auf jeden Fall dennoch nicht gerade unbeliebt, dieses Comic. Kommen wir zum Kryptomarkt bzw. zum Omikoin. Ja, es gibt nicht wirklich viel zu sagen. Wir sind zwar beim Bitcoin in den letzten Tagen hier über 11,2% im Plus, dennoch entwickelt sich der Omi leider nicht ganz so schnell. Dieser hängt tatsächlich jetzt schon seit wirklich mehreren Wochen hier unten in diesem Bereich von 0,0005 rum und bewegt sich nicht wirklich weit nach vorne. Wenn es dazu weitere Updates geben wird, dann werde ich auf jeden Fall darüber sprechen. Aber derzeit muss man einfach sagen, ist das Ganze einfach nicht gerade belebt. Und dementsprechend müssen wir hier abwarten, bis hier ein weiterer Pump bzw. ein weiterer Dump, wie auch immer, kommen wird. Kommen wir zu der Cherokee-Aktion, die Vivi gestartet hatte, zu dem Flower Bomber Drop. Und dazu gibt es jetzt ein Ergebnis. Insgesamt hier wurde der erste Platz der St. Jude's Children's Research Hospital. Und insgesamt werden hier am 31. Juli die ersten Donations gesendet. Insgesamt haben 47% dafür gevotet in der Community. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz an, was ist denn das eigentlich? Das St. Jude's Children's Research Hospital ist ein weltbekanntes und führendes Krankenhaus für maligne Erkrankungen, insbesondere akute Leukämie bei Kindern. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung Krebs. Und daher finde ich persönlich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Vivi hier weiterhin so transparent auch umgeht. Kommen wir ansonsten zu einem weiteren Fehler, der hier aufgetaucht ist, schon vor einigen Tagen bei einigen FAs von DC überwiegend tatsächlich auch. Und zwar wurde nämlich festgestellt, dass der FA-Tag bei manchen Collectibles einfach weg war. Das soll wohl tatsächlich ein Bug sein. Es ist wie gesagt hier auch am 9. Juli schon getweetet worden. Wir haben heute den 16.07. also schon sieben Tage in etwa her. Dennoch wurde es anscheinend nicht gefixt. Updates haben wir bisher nicht bekommen dahingehend. Ich bin davon aber überzeugt, dass es hier einfach sich nur um einen Bug handelt. Und schreiben Sie auch selber. Und dass es jetzt nicht irgendwie heißt, dass das jetzt plötzlich keine FA mehr ist beim Tod. Und das war es an dieser Stelle jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Und vielleicht habt ihr das kleine Geschenk hier auch schon im Hintergrund entdeckt. Und zwar nämlich hier. Das Ganze wird nämlich mein 1000-Abonnenten-Special. Für die Leute, die es auf jeden Fall nicht wissen, das ist hier ein ganz besonderes Comic meiner Meinung nach. Denn das Ganze ist hier nämlich Spider-Man-Hashtag 7. Und ist hier mit der First Appearance of Spider-Boy. Man sieht es tatsächlich jetzt gerade gar nicht so stark. Aber das Ganze wird auf jeden Fall hier ein Comic werden, was tatsächlich zum 1000-Abonnenten-Special kommen wird. Das heißt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann gerne jetzt abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen jetzt noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao. Ciao.